hallo und herzlich willkommen zu einem neuen livestream hierbei tot gehört ich bin adrian und schön dass sie wieder mit dabei seit erstmals bier aufmachen so passen zum ostermontag und der letzte freitag den ich jetzt hatte noch mal im urlaub jetzt los mit einem licher export die meisten die wissen ist ja ich kann schon im kühlschrank gedacht muss auch mal getrunken werden so erstmal bei euch und wie ich sehe seit ja auch schon wahrscheinlich online hier der intruder oder intruder hat schon geschrieben ultima tool bester song ever ja das klären wir gleich noch alles im detail dann haben wir auch den konstantin der grüßt servus andy ist mal wieder am start an die es sehr schön hi wen interessiert es hey und franconium pagan sagt servus zusammen und guten abend wunderbar ist ja schon eine lustrunde sind schon ein paar leute da das freut mich auf jeden fall bevor wir tief ins thema einsteigen warten wir erst mal ein paar minuten geht es erst richtig los wir fangen langsam an bei diesen live streams und die immer die frage sieht man mich gut hört man mich gut achte floppy ist auch da servus schei floppy sieht man mich gut hört man mich gut und fast alles ist beim letzten stream aufgefallen dass irgendwann ich habe nicht genau herausfinden können woran es lag irgendwann mitten im stream hat irgendwie das mikrofon angefangen irgendwie komische geräusche zu machen oder nebengeräusche zu machen ich hoffe das bleibt uns heute erspart keine ahnung woran es gelegen hat ich habe jetzt noch mal ein bisschen den kompressor runter gedreht vielleicht lags da dran wir schauen einfach mal crossbreaker ist auch da gu moin ja oder gummo sehr gut ja freue mich auf jeden fall heute auf das thema das thema falkenbach und ein bisschen über die ganze ja die ganzen alben zu reden habe ich mir schon so lange vorgenommen gehabt aber glaubt ihr ich hatte irgendwie den ja so irgendwie ein bisschen bedenken darüber zu reden nicht weil ich irgendwie gedacht habe so thema ist vielleicht interessiert keinen aber ich habe mir so gedacht so wenn ich es machen soll ich es richtig machen falkenbach ist mir persönlich eine band die sehr sehr viel hören sehr sehr gerne höre aber es ist trotzdem kein selbstläufer weil falkenbach immer so eine band war wo ich mir gedacht habe ich habe mir reicht es die musik zu hören meine sehr keine band wo es große allein abwechsel gibt es mehr oder weniger ein soloprojekt offiziell und zum anderen keine live auftritte beziehungsweise wenn es mal live auftritt gegeben hätte der ja schon seit gefühlt 15 jahren im raum stand hätte man es auch irgendwie so mitbekommen dazu ist es ja bis heute nicht gekommen deswegen lief das dann immer so ein bisschen nebenbei bei mir ich habe die musik viel gehört aber mich nie so richtig mit dem ganzen drumherum auseinandergesetzt und habe ich jetzt erst mal so ein bisschen auch tiefer eingelesen in verschiedene hintergründen verschiedene sachen mal klar was die texte teilweise sofern man sie lesen kann ist ja nicht alles irgendwie deutsch englisch oder sonst was sondern oftmals ja auch eher nordisch altnordisch oder germanisch oder sonst irgendwas oder althochdeutsch mittelhochdeutsch da kommt man auch nicht so ganz dahinter von daher immer ein bisschen muss man schon mal ein bisschen recherchieren muss man so gucken müssen vorbereiten und deswegen habe ich das jetzt in der woche gemacht wo ich jetzt hier urlaub hatte habe mich damit stärker auseinandergesetzt und gedacht ja dann können wir das ins stream soll ich mal machen wie gesagt lag jetzt schon eine weile rum jetzt sollten wir so durchziehen so ja alles gut alles gut wunderbar das hört man gerne leute das klingt doch schon mal nach guten voraussetzungen für einen schicken stream den wir heute machen können hier können wir gerade mal zwei minuten darüber reden wie unglaublich triumph of death abreißen wir können gerne darüber reden ich habe ja mal ein video gemacht das war noch in den zeiten wo ich konzerte besucht habe und direkt danach mit dem handy mich gefilmt habe und dann sozusagen die über begeisterung einzufangen das war das war besonders dort riesengroß das war triumph of death damals in frankfurt das war auch so ein abend wo ich mir gedacht habe dass da passt alles da waren wir auch vorher noch gemütlich mit einigen leuten am kahn kiosk in frankfurt in der konzlaube da so noch trinkhalle mit bierbänken davor haben sich dann schon sehr viele konzert besucher getroffen das wurde so zentral ein bisschen organisiert und danach ging es dann halt zu triumph of death und da hat er noch ketzer gespielt gehabt damals auch eine sehr gute vorband und es war mega abend und ich habe ja noch dieses etwas überschwängliche live review gemacht worauf dann auch sogar tom warrior mir eine nachricht geschrieben hat und sich dafür bedankt hat für meine für meinen support das fand ich auch sehr sehr geil das war eine der das war eine der coolste rückmeldung die von dem musiker ihr bekommen habt auf jeden fall hast du die haben die wollen gespielt jetzt haben wir auf dem dark easter oder wo kohle briketten start einen wunderschönen guten abend ja das wünsche ich euch natürlich auch die jetzt alle dazu gekommen sind ja wie gesagt faltenbach das wird ein ganz schöner ritt werden man ist ja eigentlich nicht so viele album ich habe jetzt noch ein paar demos mit dazu genommen sofern man sie halt mit dazu geben konnte weil nicht alle demos der von falkenbach oder von jetzt ist immer das ist jetzt das wird das ist auch noch so thema das werden wir halt auch noch weiter haben ich werde wahrscheinlich viele dinge viele begriffe und namen falsch aussprechen macht euch das schon mal raus bereit ich habe ein bisschen geübt fratjas vakias ist ja sein künstlername der bürgerlichen namen ist ja steht auch bei metlark ich halte aber versuchen wir mal hier in der rolle zu bleiben und bleiben auch mal bei dem künstler selber fratjas vakias ist ja sozusagen der mann hinter hinter falkenbach und die ersten demos die erste ist 89 erschienen war noch akustikprojekt er oder beklamengesang das findet man hat alles gar nicht mehr das waren ja auch so ein paar kopien gemacht so acht neun stück und ja dann seine freunde verteilt ich glaube das meiste ist dann schon gar nicht mehr so nicht aufgetaucht von daher kann man sich glaube ich auch nur wirklich die alben und die drei in anführungsstrichen neuesten demos anhören beziehungsweise die sind ja auch in dieser schicken box drin die ich hier auch liegen habe jetzt mal gerade aus dem parker nicht erst gleich die sachen einzeln zeigen kann wenn wir die jeweiligen allen reden also das ist die grundlage heute über die wir heute reden balkenbach nine worlds oder beziehungsweise hier die nine worlds auf falkenbach manifestations 1995 1995 bis 2013 bis 1995 gehen die demos zurück das heißt die davor die sind ja entweder verschollen oder sind noch nicht aufbereitet oder sonst irgendwas kalt geht es ja halt kann man auch nicht ertrinken so gestern mal erst gäste erst mal indoor gesehen was für ein brett auf jeden fall ja genau in münchen ja genau das war ja das tag ist da sich hinsetzen ja da ist ja weiß dass ich noch nie das ist ja auch immer anfang april oder beziehungsweise mal wenn du sonst halt wo meistens fällt es ja dann irgendwie so in die ecke auch da wo es taunus metal ist wo ich ja auch immer dann anfang april hingehe und dann zu viel festivals auf einmal mache ich mache ich eigentlich relativ ungerne der felix ist auch am start servus schön schön dass du da bist so also das wollte ich jetzt vorneweg noch mal ein paar dinge sagen zu falkenbach ja was kann ich sagen wie ich so band gekommen vielleicht ist das mal oder warum machen wir das ganze hier wie bin ich zur band gekommen vielleicht mal so ein vorspann zu machen zur band falkenbach bin ich dadurch gekommen dass ich mir dadurch ja wie man das damals so gemacht hat an den frühen 2000ern wenn man ein jugendlicher war und internet zugang hatte da hat man sich musik natürlich naja ihr wisst ist also halb legal besorgt und ja und da hat man immer geguckt ja stand schon auf die verschiedenen sachen hat auch schon mal immortal und dark throne so ein krempel gehört mortal battles in the north habe ich habe ich schon hundertmal erzählt war mit so meine erster kontakt mit black metal fand ich damals auch ziemlich harsch oder es war mir gedacht so das erste wo ich das gehört habe ich dachte was das denn und überhaupt so die ersten black metal sachen die ich gehört hatte so dem als jugendlicher da weiß ich nicht klingt interessant hat irgendwas aber ich muss mich damit erst noch irgendwie anfreunden und ich x umwege ich glaube ich hatte auch nebenbei noch mal ich hatte auch gerne auch folk metal gehört und das mittelalter und so ein krempel noch damals auch ganz gerne und dann ja wie das halt so ist dann lädt man halt ein paar sachen runter da war irgendwo falkenbach mit drin auf irgendeinem server falkenbach klingt ja auch erst mal wie so mittelalter deswegen erstmal falkenbach runtergeladen und glaubst du die erste song nämlich wirklich gecatcht hatte davon falkenbach nicht da gehört hat das war galt ralak und das ist ja der erste song vom ersten album beziehungsweise gibt auch eine demo und das ist ja eigentlich eher so eine der schnellen black metallischen songs von denen und er hat mich richtig aus der bahn gehauen oder so richtig und aber er war zwar hart aber er war nicht er hat mich nicht so abgestoßen es war er hat trotzdem noch eine geile melodie ja dann gerne reingezogen und auch finde ich auch heute noch einer der besten paar black metal songs überhaupt ich war gehockt und ich wollte mehr hören davon irgendwann mal so das ganze album gefunden das erste album war auch heralding the fire blade das kam ja so auch so 2005 raus was ich dann kurz darauf irgendwo gefunden habe war dann so ganz neue album damals mit verliebt waren super album geile sachen danach nach und die anderen sachen mir dann angehört und ja so ist dann so eine gewisse liebe entstanden zu dieser band und natürlich ja wie das halt so ist wenn man auch neu in der metal scene ist mag man natürlich diese ganzen bands selbst ein bisschen auch so ein mysterium und sich selbst machen natürlich am liebsten man findet nicht viel es gibt kaum fotos von dem guten radias vakias ich muss den namen bis jetzt so selten sagen dass es echt schwer über die lippen geht weil es gibt jetzt ist jetzt auch nicht so eine band über die man ständig in der kneipe redet ich kenne auch ein paar andere leute die gern falkenbach hören aber dann geht es auch selten so dass man halt diese namen benutzen muss so in die tiefe und daher seht es mir nach wenn das jetzt heute alles ein bisschen holplich klingt ja wie gesagt so war direkt hin und weg und auch gerade dieses mysterium drumherum um die ganze band dass man nicht so genau weiß was macht der zeigt sich wenig wer steckt jetzt genau dahinter dann ist ja der kommt der ist in island aufgewachsen und so weiter ehrlich gesagt ich habe weiß nicht wo das herkommt ich habe nur ein interview gefunden von ramster glaubt 2006 wo er gefragt wurde wie ist das hier mit island und so weiter heißt das ist eine isländische band faltenbach und was sagst du dazu und so weiter was ja was immer wieder über dich erzählt wird und dann gemeint so was geht dann voll auf den sack das geht dann eh keinem was an was er privat tut und er hat schon die tollsten dinge über sich gehört von leuten die keine ahnung haben wer ist und so weiter er war relativ naja sagen wir mal so abweisend aber wenn man sich falkenbach interviews durchliest dieses glaube ich schon so ein muster die meisten interviews laufen ab wie er mir egal keine ahnung zeit wird es zeigen ich höre keine andere musik und so und so ein kreppel also er ist da er ist ja schon sehr spezieller kerl aber auch irgendwie doch auch wieder sehr authentische macht auf jeden fall keinem was vor und war eigentlich immer sehr interessant also so hat man ja heute in zeiten von social media eigentlich gar nicht mehr die meisten bands schon sehr offen auch bei ghost und so weiter muss man relativ schnell bei lordi und so was stecken eigentlich dahinter aber bei ja ich weiß es ist jetzt auch ganz komischer frage ich falkenbach mit ghost und lordi zu vergleichen aber ihr wisst glaube ich auch auf hinaus bild so bands wo man erst mal gar nicht weiß was dahinter steckt und ja bei bei falkenbach hat es aber halt auch trotzdem obwohl sie band halt wirklich ja de facto seit 89 gibt ja eigentlich erst seit mitte der 90er in die öffentlichkeit getreten ist weiß man relativ wenig über die band und das macht es halt auch irgendwie spannend so sind jetzt was auch da und auch der bully servus ja prost noch mal dazu und vielleicht auch dem zusammenhang noch mal der vergleich ich weiß der familie den ich hier gemacht habe besser als baffery ist clickbaity natürlich aber persönlich hat sich die frage mir schon immer gestellt warum falkenbach nicht bekannter sind warum sind falkenbach nicht zum beispiel bekannter so in dem stil wie baffery weil alle feiern irgendwie from father to son road one road to other bay hammerhart und diesen ganzen krempel nordland und so weiter ab und im grunde kriegt man das finde ich in gleicher form und teilweise noch besser und auch teilweise kreativer und auch teilweise mit besserem gesang ich persönlich nicht der größte fan von quartons klar gesang muss ich ganz ehrlich sagen ich bin ja eher so der fan auch von under the sign of the black mark und so eher den black metallischen sachen von von baffery und ich finde das macht falkenbach besser könnten auch bekannter sein auch klar die parallelen dass die verschiedenen stile erst manchmal so ein bisschen schwarz metallischer manchmal ein bisschen epischer miteinander versuchen zu verbinden und halt auch sehr verschlossene einzelprojekte sind die eigentlich nicht auftreten das ist ja gibt es schon gewisse parallelen gibt auch eine ganze ganze menge unterschiede die man aufziehen kann wahrscheinlich mehr unterschiede als gemeinsamen halten zwischen baffery und falkenbach wo natürlich auch immer wieder in interviews gefragt wurde wie sehr baffery den beeinflusst hat und was er davon hält und dann kommt mal hier in einem interview ja ich habe die hammer hat gehört die fand ich ganz nett aber groß einfluss hat es nicht hinterlassen oder auch bis hin zu baffery sind mir eigentlich völlig egal ich habe schon musik gemacht bevor da also das war sozusagen als ich angefangen habe mich für paganismus und für wiking und so weiter zu interessieren da war baffery schon gar kein thema für mich also es gibt ja ganz verschiedene aussagen von falkenbach weswegen klar das ist natürlich ein bisschen clickbait das gebe ich zu so weil er in deutscher ist und dadurch weniger spannend ja ja das ist glaube ich tatsächlich natürlich auch ein ding irgendwo weil naja jetzt kann man natürlich auch argumentieren rammstein rammstein auch deutsche oder auch andere bands die blind guardian oder so sind auch deutsche creator sind auch deutsche schauen sie auch nee was ich glaube vor allen dingen bei falkenbach was das thema ist das sehr verschlossene und auch sehr unzugänglich ich meine so sachen wie battery quarton blood fire death under the sign of black mark das sind alles dinge die man aussprechen kann guckt euch mal die hier steht sehen auch schon eine liste irgendwo kommen ja eh gleich noch zu allem aber hier wenn man sich schon das erste album anguckt ende mit ricky fahrer ja ich meine ist jetzt für die meisten leute schon zungenbrecher und das ist jetzt auch nicht mal so was man schnell auch ohne damals ohne internet jemandem empfehlen konnte wenn man sich nicht irgendwie gerade auf die hand geschrieben hat also es waren jetzt nicht gerade die besten buzzwords um mund durch mund propaganda verbreitet zu werden sagen ich das mal so und auch genau so die liednamen galt ralak und so weiter leckes lecknis händen oder so ihr seht schon es ist aber ich meine klar es gibt auch angenehmere sachen die man aussprechen kann donors org romland oder so aber hauptsache in der hauptsache haben wir so viele sachen bei bei falkenbach die echt schwer auszusprechen sind oder nicht gerade sich leicht dann verbreiten lassen und auch selbst natürlich eben ehrlich ich habe ein falkenbach stört an ich kann es auch mal zeigen hier steht asa vorne drauf das ist eines der wenigen das gefunden habe der schriftzug von der band sind drauf sieht man natürlich jetzt nicht und überhaupt man findet extrem wenig merchandise und das darf man für ich persönlich nicht unterschätzen und das sagt er ja auch selber er könnte bekannte sein wenn er mit mehr mit postern arbeiten würde wenn er zu pressefreundlicher wäre er hat auch interviews ausgeschlagen wenn die presse unbedingt fotos haben wollte von ihm wenn sie alles mal exklusive fotos macht für ein interview was zu nehmen mache ich nicht also gerade der gute vakias ist einfach noch komplizierter als fenris gewesen in den 90ern und das hat dann einfach sehr sehr schwer gemacht und das irgendwie überhaupt eine grund grundlegende promotion zu finden wenig merchandise wenig ja generell verbreitungsmöglichkeiten also gibt glaube ich verschiedene faktoren warum falkenbach ist finde ich ich finde es schwer hatten bekannt zu werden weil ich glaube das war ja niemals das ziel sonst hätten wir auch ganz anders vorgegangen ganz abgesehen davon von den unglaublich langen pausen teilweise zwischen alben dazu kommen wir auch noch heute also gibt verschiedene gründe alles alles sehr sehr schwierig so felix schreibt noch falkenbach war gefühlt immer ein geheimtipp und kam aus der schiene nahezu nicht raus marketing habe ich auch wenig gesehen ganz genau das meine ich ich meine die sachen waren zwar ab dem zweiten album war ja alles bei napalm und napalm records erschienen bis auf das letzte album das ist ja dann bei prophecy erschienen aber es hat ja auch in interviews manchmal durchblicken lassen dass das jetzt auch nicht so die große ja auch damit sich so die möglichkeit das war noch ein anderes napalm records als es heute ist napalm records ist in den letzten jahren deutsch größer geworden in 2000 dann war es ja auch noch ein etwas kleineres label ja haben wir wie gesagt ich hatte auch das gefühl dass dieser so richtig gepusht haben hatten den aber auch immer nur so ein album verträge hatten die immer nur miteinander ich glaube das lag auch daran dass es nicht anders wollte weil er gemeint hat er möchte sich halt mit alle türen offen lassen er wurde ja auch immer jedes jedes interview von falkenbach gelesen habe was endet mit was steht in nächster zeit an wann können wir mit einem neuen album rechnen was hast du vor waren immer super vage und immer gesagt also ich weiß nicht mal gucken ich gucke mal worauf ich lust habe vielleicht kommt die nächsten jahre gar nichts vielleicht kommt morgen schon wieder eine neue ankündigung weiß ich nicht also das ist immer bei falk macht immer ja sich alle türen offen halten keine ahnung warum sagt man weiß nichts über sie im privat er lässt nichts durchdringen vielleicht gut vielleicht gibt es auch nur die wissens und ist man findet so schwer so inneres eingeweihte wissen da was geht halt oft dann wieder die gefahr um dass er viel scheiße erzählt wie wir selbst gesagt hat von daher ist man schwierig zu rauszufinden woran das liegt dass er da auch selbst oder gegen war deine gewissen bekanntheit zu erreichen so an schreibt noch deutscher black metal hat es einfach international keine lobby wie death metal auch nicht da gibt es auch keine stars ja ja ich mein ich sag mal so unmöglich ist es ja nicht international ich sag mal so wir haben jetzt keinen satyricon wir haben keine band wie marduk oder die mu borgir sowas gibt aus deutschland sicherlich nicht ich sag mal so dark fortress oder endstille oder nagarot zumindest ihr black metal ist krieg slogan ich muss sagen da sieht man wie das gutes marketing gute werbslogan black metal ist krieg damit haben sie haben sie auf jeden fall auch bis nach südamerika und asien sich verbreitet das sieht man in so vielen auch memes oder generellen profilen und so weiter zusammen also diesen vielleicht auch so die bekanntesten aber ja natürlich klar deutschland hat sich mit dem extremmetal immer extrem schwer gemacht lag halt auch daran dass wir halt eher so ein land waren das halt auf andere sachen gesetzt hat die schwerpunkte in der deutschen metal lag halt immer eher auf dem traditionellen heavy power metal thrash metal so richtig ganz klassischen sachen und dann später der rammstein aber das ist auch eher so ein mainstream ounce reißer würde ich sagen als repräsentativ so genau so dann gucken wir mal weiter wir haben wir haben schon die reichen doch noch mehr so jetzt gucken hier so da können wir nicht eigentlich schon mal direkt einsteigen ich habe nämlich gedacht wir steigen jetzt eigentlich meine so eine schöne tierlist gebastelt ja kurz nach halb da kann man gut einsteigen gut so genug vorgeplänkelt starten ja nicht wie so eine schöne tierlist gemacht wie ihr seht hier kann man auch hier habe ich die ganzen alben und auch die drei demos so wo sind sie denn die drei demos die gibt es hier auf der bei den nine worlds auf halten machen auf einer doppel lp auch schön einer doppel lp ab ist was meine das sind so die drei demos die man kaufen kann von falten machen gibt ja bei youtube auch viel scheiße rum angeblich gibt es da auch bei bei youtube die hava mal die erste demo ist sie natürlich nicht das sind einfach nur songs vom ersten album die man da hochgeladen hat genau und jetzt haben wir hier die leckes leckes hintere des promo tape 1995 was glaube ich auch irgendwie den beinamen hat oder was von vielen einfach von der tracklist abgelesen und galdra lak und leckes hintere wo noch mal eine andere version drauf ist und das fast schon demo was eigentlich schon fast ein halbes album war beziehungsweise eigentlich schon fast ein ausgereiftes album war es ging auf es wäre ich soll weil tiva habe ich mir nicht aufgeschrieben was das auf deutsch heißt ich habe ein paar notizen gemacht so erst mal sage ich noch mal ich habe es ja schon mal in einem anderen stream gezeigt hier sieht man auch mal die tracklist hin drauf dass sozusagen hier die die letzte demo die ihm vorgelesen hatte die hat hier sozusagen die seiten c und b also eine eigenscheibe und die das promo tape und leckes hintere zusammengefasst die haben die teilen sich ja eh einen track da konnte man das gut zusammenfassen genau hier sind wir noch mal dass ja da hat man sich auch noch mal so ein cover ausgedacht das gab es ja so gesehen das waren ja drei unterschiedliche dinge so tapes hier sieht man einmal hier das promo tape war so schwarz-weiß einfach nur beziehungsweise ja hier sieht man noch mal anderen sonnenuntergang und hier noch mal so sonnenaufgang oder sonnenuntergang hinter dem berg mit dem wald genau so fangen wir einfach mal an das ganze zu bewerten das erste was hier rausgekommen war war das legis hintere demo das kam bereits 1995 raus und ich das richtigen erinnert kommt alle 95 raus genau gab damals 33 tapes davon kam im august raus und ja was heißt ein leckes hintereinander so ist das so ein song überall gefühlt drauf ist das hat nicht überall aber der ist glaube ich auf dem debütalbum drauf und das auf heralding drauf und wie gesagt er ist auf dem promo tape drauf pro 95 und hier auch nur auf dem eigenen ist auch ein sehr starker also nun doch nicht vergessen also gegen neben galt ralack ist es für mich der stärkste pargan black metal ist keine pargan black metal song den falkenbach gemacht haben das so dass wir schon sagen sehr sehr treibend sehr schnell sehr sehr cool auf jeden fall hier natürlich noch in einer sehr dann sind wir so in einer sehr heutigen version hier steht auch extra drin wenn man sich diese demos anguckt und man das ganze aufklappt ist ja auch eine message drin sieht man erst auch noch mal hier das ganze so und prog ist die schon aufgemacht auch noch mal und dann steht da auch drin master from original cassette tapes bei patrick wie engel at temple of disharmony in may 2020 all tracks were sourced restored and remastered from the original master tapes provided by the artists unfortunately the years the tapes suffered from heavy use and unfavorable storage we've tried to make the best out of the source material however some audio the finances were beyond repair sunset fotos courtesy ja blablabla weil das bildnachweis ist ja und genau das ist das das ding bei den demos hat er auch immer selbst gesagt in älteren videos bevor diese kollektion rausgekommen ist der gute wachias dass es arbeit wäre kostet auch auf jeden fall geld hat gemeint das haben immer so ein bisschen abgeschreckt lange zeit dass er es nicht gemacht hat die demos neu aufzubereiten weil ja gesagt sind alt jetzt inzwischen ja schon bald 30 jahre 28 auf jeden fall und nur damals schon 25 alt als als sie das gemacht haben entsprechend naja was man so damals in der jugend halt aufgenommen hat mit dem weiß ja nicht wie er es aufgenommen hat damals die demos und wie sie dann gelagert wurden entsprechend also ja man hört halt klar man hört schon so gewiss raus ist dass da was geiles dahinter steckt aber naja es sind auch viele geile andere songs drauf auch noch auf dem die dann später noch mal verwurstet wurden was haben wir hier noch die näher in einer ganz anderen version also wenn man die von heralding kennt die version von skin hier hat fast gar nichts damit zu tun und dann sind da noch songs drauf die so gesehen nirgendwo anders drauf sind also blond oder wotan imposurrent infernum auch ein relativ kasser black metal song also auch mit sehr sehr krassen beats platz und double bass allerdings darf man hier nicht vergessen sind die demos da hat er nur den drum computer benutzt und der computer klingt auf infernum echt furchtbar und asaland war es glaube ich bei der theory der später ja auch noch mal in einer neuen version drauf ist also sehr sehr also was sozusagen den historischen wert angeht von diesem demo sehr sehr wichtig und auch sehr sehr interessant also auch vor allem wenn man sich mal sagt so auch wie klang an dieses songs ganz am anfang und wie ging das eigentlich los dann ist das auf jeden fall ein sehr sehr spannender release rein vom hörvergnügen hier weiß ich nicht mehr vergnügen ist ja jetzt nicht so gigantisch bei diesem bei diesem campbell also bei legis entry bei der ersten demo entsprechend und das muss jetzt noch mal sagen wir haben hier eine skala von d c b a s das heißt hier oben super dann eine eins zwei drei und vier wird man so sagen ist es aber nicht weil diese skala natürlich sich jetzt nur auf falkenbach bezieht das bedeutet oben ist für mich das absolut beste was falkenbach hier rausgebracht haben und dann haben mit abstufungen wo ich sage ja weiß ich nicht vielleicht ein bisschen schlechter oder nicht ganz so gut aber immer noch ganz ehrlich die gesamte skala auch wenn es in d landet ist immer noch besser als vieles andere was heutzutage in parker metal rauskommt gebe ich ganz offen zu so was ich froh bin dass es diese box gab ja ich auch ich hatte auch immer gesucht irgendwie wo kriegt man denn alles mal vernünftig her von falkenbach und auch einer guten version weil irgendwann wollte man sich auch keine cts mehr kaufen wollte mehr menü haben oder was anderes ich habe auch noch irgendwann das tape von asa ist also irgendwo ich das war mein sucht extra und ja entsprechend geile box auf jeden fall sehr sehr in ordnung wenn man sagen bei dix kopf kriegt man so glaube ich noch und sonst war sie glaube ich nur der zweiten auflage zu bekommen das ist die erste auflage die ich habe auf jeden fall ein sehr sehr geiles stück so ja da wäre gegangen das songs ist auf jeden fall sehr sehr spannend so jetzt muss ich erst mal gucken wo dass ich jetzt auch die richtige so das ist die ja ich hab's natürlich ich jetzt vielleicht noch mal benennen sollen ja doch das ist die lege centre die packe ich jetzt einfach mal in d weil wir müssen sie noch steigern also wir fangen jetzt bei d an weil es ist tatsächlich auch nicht die erlerbeste qualität also von allem was hier was hier liegt und was ja das von was ich was von hören kann als releases von falkenbach würde ich sagen packen wir die man die so dann gibt es die nächste die wir haben ist das promo typ 95 beziehungsweise die lecke centre und die galt ralack wie sie auch viele nennen weil es halt exakt diese beiden songs drauf sind dieses ding erschien tatsächlich schon bei einem label das ist das erste was wirklich bei einem label erschien wenn ich mich nicht täusche von falkenbach das war auch das erste mal dass sie zusammengearbeitet haben mit no color records zu dem thema kommen wir gleich auch noch aber das sparen wir uns für das debütalbum auf was was damit auf sich hat und da ist schon ein bisschen besser da ist die qualität schon ein bisschen besser auch mal schön galt ralack noch mal in einer anderen version zu hören beziehungsweise etwas anders zu hören so klopft sieht er dass es sich anders und hört auch vor allem daran dass die qualität des demos nicht mehr so gut war aber im direkten vergleich ist hier schon eine steigerung da leg ist hinterher kann man jetzt nicht vergleichen weil es gibt nur eine version die hier drauf ist haben sie wahrscheinlich die bessere genommen entsprechend packe ich das dann schon mal in c weil es besser ist dann haben wir schon mal die beiden demos drin und dann haben wir noch die letzte demo haben wir jetzt hier noch die skin up so er dies soll weil die war diese namen werden mich heute noch umbringen dass ich garantiere ich glaube ich briefe und siegelt dass das heute noch ein richtiger abfuckt wird genau und diese diese hat ja wie gesagt sie als eine eigene schaltplatte hier das ist die c und e seite also eine die zweite platte sozusagen und da haben wir auch schon wie hier eingangs gesagt wurde bester song ultima thule in der frühen version trau also im ok album näher winter night into the island awaited land gala heathen pride und dann witzigerweise jetzt könnte man sagen das ist doch eigentlich entrer metri kifara ist das nicht der titel track vom debüt album nee ist es eben nicht witzigerweise ist der nicht auf dem debüt auch wenn er den namen des debüt albums hat der wurde allerdings in veränderter form auf erding rausgebracht und wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich muss das mal nachgucken wahrscheinlich habe ich mir genau das wieder nicht aufgeschrieben welcher das war es müsste aber ich habe es nicht aufgeschrieben es müsste aber heralda sein heralda war es glaube ich ansonsten beschreiben berichtigt mich gerne in den kommentaren aber wie gesagt dass ja das ist gehen ist dann sozusagen schon mal fast ein richtiges album was sie rausgebracht haben und sozusagen so ein kleines vorspiel zu dem debüt album beziehungsweise auch sogar schon so kleines vor shadowing in richtung heralding the fireplate beziehungsweise the fireplate war ja damals auch schon in der mache wie man sieht einige songs gab es ja so de facto schon warum es dann aber doch bis 2005 gedauert hat dass sie rauskommen das erzählen wir dann wenn wir bei dem album sind packen wir es aber auf jeden fall schon mal ich meine auch hier sind die songs noch nicht ganz ausgehalten muss man ganz klar sagen heralding ist unter ganz anderen bedingungen re-recorded worden mit kann man nicht vergleichen hier ist noch ohne in der drum computer auch das keyboard keyboard klingt ja schon sehr 90s also das keyboard das hat schon so brutalst was von ja dungeon synth wenn man ehrlich ist außerdem finde ich witzig dass gesagt wurde dazu dass es angeblich eben thing will hier in nationalpark in island aufgenommen worden wäre aber das wurde niemals von vakias bestätigt und kam aus einer ganz anderen ecke von irgendeinem tück versonnen ich habe keine ahnung wieso der das überhaupt sagt also ich habe nichts gefunden dass der irgendwas mit faltenbach zusammengearbeitet hat sehr 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 strange glaube persönlich nicht und das ganze island sage ich glaube auch nicht dass da persönlich viel passiert ist von daher ich glaube nicht dass es dass er das wirklich aufgenommen hat nichtsdestotrotz packe ich das auf jeden fall meinen b rein weil das wiederum auch eine steigerung zu den anderen beiden ist da sind wir auf jeden fall schon mal das ist schon mal ein vorläufiger höhepunkt gewesen bis zum ersten album so genau kommen wir jetzt dürfen nicht zu sehr durch heißen ich mal gucken was wir hier noch haben sollten wir jetzt mal ein bisschen ordnen so haben wir noch was noch zu zählen wollte es ist genau das ging hatte ich gesagt ja ja wie gesagt also diese stücke die dann auch weiter nicht weiter verfolgt worden von legis entritt das ist da hat man auch nicht viel verpasst muss ich ganz ehrlich sagen sind ganz interessant zu hören aber ja da tut mir nichts aber es ist schön ist schön dass man diese sachen weil es war ja lange zeit wirklich immer in der diskussion man kann man sie mal hören was passiert damit wird da noch was kommen also das wird wirklich über viele jahre nachgefragt bei falkenbach wenn man sich die interviews durchschließt die man durchlesen kann ich auch viele sachen die sind irgendwie nur printform erhältlich glaube ich hatte auch mal ein print interview in der pagan feier aber keine ahnung wo die hingeraten ist ich würde überhaupt gerne mal wissen ich hätte jetzt auch mal irgendwie meine ganzen alten musik zerschriften durchforschen oder ob ich auch welche falkenbach interviews finde aber bei den nutzenden von den kann hätte es auch wieder ewig gedauert naja wie dem auch sein packen jetzt erstmal die demos beiseite und kommen zudem jetzt zu dem schönen debütalbum in der metriki fahrer was so viel reißt und glorreich werden sie passieren das kommt aus dem aber mal aus der leader da müssen wir das sein ist ein zitat hier sehen wir auch das schöne artwork so das art wird angeblich auch von einem familienmitglied erstellt worden von guten vakiers ja keine ahnung ob das stimmt oder ob er selbst gemacht hat oder sieht ja auch eher aus wie so ein kupferstich aus der ich könnte mal wieder hier übergang machen so könnte ich auch noch mal hier zeige ich schon mein groß das ist die ja die endiagmetriki fahrer gesagt das artwork soll 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 laut der frühen versionen tatsächlich auch von jemandem sein aus seinem eigenen dunstkreis seine eigene familie steht das hier noch irgendwo drin hier stehen wir auf jeden fall alle möglichen familienmitglieder gegrüßt oder auch mit erwähnten in den erwähnungen standen hier noch mal zum thema hier steht schon gar nicht mehr drin naja gut ist ja auch nicht so schlimm ist auf jeden fall eine großartige scheibe und ein bisschen auch der abschluss der der demozeit der demozeit von falkenbach ja wirklich ein großartiges teil natürlich muss man auch über gewisse sachen reden wo es rausgekommen ist erstmal es kam am 29 juli 1996 raus und bei no color records dem einen oder anderen mag das jetzt was sagen und dem anderen vielleicht nicht ist auch immer so ein bisschen so das thema bei falkenbach wo ich mir denke so scheiße ja no color records ist ein label bei dem nicht ganz so politisch korrekte bands waren glaube auch immer noch teilweise noch sind 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 auf jeden fall waren in den 90ern war da glaube ich wirklich alles von graveland über absurd abisic hate da waren sie alle nocturnal mörder waren glaube ich auch zeitweise aber auch viele andere bands die heutzutage bei anderen labels sind und so noch völlig unbedenklich sind also das ist war ein sehr gemischtes ein sehr gemischtes line up gab natürlich auch compilations label compilations wo dann falkenbach direkt irgendwie neben absurd steht und so weiter nicht ganz so schön muss ich persönlich sagen darauf angesprochen ob er nach dem einen album dann no colors auch verlassen hat wegen diesen ganzen verbindungen und wegen der dass es nicht so gut aussieht hat er tatsächlich gesagt nein also er hat nicht gesagt er hat gesagt er ist nicht dahin gegangen wegen die bands der bands die dort waren er ist aber nicht weggegangen gegen die ganze waren es ist ihm völlig egal wer auf dem label gespielt hat oder auch immer noch ist oder war oder warum und ihm wäre es auch egal mit wem er die bühne teilt er konzentriert sich selbst ist interessiert in einen scheißdreck wen was da sonst so ist also dieses ganze thema was jetzt auch zb beim steel fest oder bei anderen sachen ist das dann geht den gar nicht also das ist ihm völlig egal er kümmert sich nur um sich selbst um seine eigene musik die er macht und wenn er gemeint hat wurde darauf angesprochen ja was hältst du von der einstellung von solchen bands dann gemeint wenn ich wenn ich ein problem mit solchen bands aber regle ich das mit denen selber ich verlasse mich ja nicht auf zusammengeschnittene interviews in irgendwelchen magazinen ja fand ich interessant fand es interessant ist glaube ich ein wemster interview von 2006 auch glaube ich das eine sie haben nicht kaum mehr interviews mit ihnen geführt findet man auf jeden fall alles wenn man ein bisschen googelt wemster und falkenbach einfach gibt ja die mobrocki waren auch das mein ich ja damit ich will jetzt auch hier hier crossbreaker muss schon noch mal kurz dazu sagen es geht bei dieser no colors diskussion auch nicht darum dass ich jetzt hier sitze ihr habt den letzten stream gesehen oder also für alle den letzten stream gesehen haben wollen wie ich eugen vom dach verurteilt habe gewisse sachen die er gesagt hat ich bin jetzt niemand der sich hinsitzt und sagt so oh mein gott wie konnte er das damals tun mein gott nur colors records scheiße bestimmt ist es vielleicht ist ein verkappter nazi sollte ich die sache vielleicht gar nicht hören ganz ehrlich ich muss es akzeptieren also man muss es akzeptieren ist es halt seine meinung wenn er sagt hier ich habe mir ein gutes angebot gemacht ich wollte mir den zusammenarbeiten mir ist es scheißegal was da sonst so auf dem label passiert muss man muss man am ende für sich selbst entscheiden ob man das wenn man ob man das sagt so okay ist seine sache oder ob man sagt so nee das geht für mich gar nicht so sowas unterstütze ich nicht also das muss dann jeder für sich selbst am ende des tages entscheiden für mich persönlich sehe ich da jetzt sehe ich da jetzt kein also für mich ist das jetzt kein kaot kriterium dann musiker zu sagen nee du hast jetzt dreck du hast jetzt dreck an dir für mich bist du jetzt genauso schlimm und deswegen werde ich dich jetzt für immer ignorieren danke danke dunkel schluss und grüß zurück kurz dass ich eine aussage lieber verstecken ja so das wollte ich nur noch mal dazu loswerden also darüber müssen wir werden jetzt noch nicht die ganzen tage ich habe jetzt auch wieder gar kein bock die ganze zeit über so sachen zu reden wir reden in jedem stream fast gefühlt über so und so und so und so jetzt geht mir einfach nur darum wie gesagt es hat ja auch danach keinen überall interviews vom legacy über rockart über metal immer sonst was metal de bei prophecies jetzt aktuell noch ist das rausgekommen und war bei napalm records also von daher da muss man auch kein großes falls aufmachen was da in der vergangenheit aus und gibt es ja auch wie gesagt auch genug andere bands die sonst überall waren aber da muss es nicht gut finden ich persönlich hatte auch dann letztes mal schon die frage gestellt muss man sich als black metal band mit gewissen labels abgeben würde ich persönlich nicht machen aber muss am ende das tag sehr sehr wissend persönlich würde ich meine musik nicht auf gewissen labels ausbringen muss ganz ehrlich sagen aber kann ja jeder machen wie er will so das ist nur dazu jetzt kommen wir mal wieder zur musik mein gott das ist halt das problem und deswegen würde ich meine musik nicht daraus bringen weil das überschattet die musik weißt du jetzt haben wir die ganze zeit nur darüber geredet wo das ding rausgekommen ist aber nicht darüber geredet dass da halt echt großartige sachen drauf sind galtralak heathenbrite 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 ultimatule die erste seite von dieser schallplatte ist wirklich bärenstark bärenstark und die zweite seite ja die zweite seite ist auch okay der herr alter ist auch noch ein großartiger endtrack als bonustrack hier draufgepackt worden into the art where the land gibt auch später noch mal eine etwas akustischere version auf einem anderen album von und ja ist eigentlich im grunde auch ein großartiges album ich bin da so ein bisschen am schwanken für mich kommt so ein bisschen zwischen a und s also wenn man es jetzt mal hier sich so anschaut wo könnte man es hin packen zwischen es und zwischen a also es ist schon es ist ja schon ganz weit oben finde ich ne brutale seite auf jeden fall die a seite ist schon mega gut auch persönlich für mich ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet dadurch es galt relaxung ja für mich eigentlich so ein bisschen der startschluss für die band war ich bin halt unsicher also wenn ich es mit dem album vergleich das später noch kommt was für mich auf jeden fall ungefragt auf jeden fall eine s es ist bin ich so ein bisschen am schwanker ob es a oder jetzt es ist also wer jetzt noch mal eine wer sich noch mal daran beteiligen will kann es auch noch mal gerne in den chat schreiben dann gucken wir noch mal wo wir es hinpacken so lange trinke ich auch mal gerne was und das witzige ist was ich mal kurz vielleicht noch zum inhalt des albums sagen kann ja das album habe ich immer auch ja einfach da wo es rausgekommen ist da so wie es aussieht immer so als das black metallische album halt im hinterkopf gab hat auch sehr viele die black metallischen songs die offen mit auf dem drauf waren auf einem falkenbach album drauf die meisten mit aber auch sehr viele epische songs was ich schon wieder ganz vergessen hatte ja setzt mal auf es dann kann es immer noch und sie nach hast recht kommen sie das mal auf es lassen sie es mal auf es man kann ja auch mehrere sachen auf es haben nicht meine spalte lang und breit dann muss man sich nur darauf achten dass das hier noch einiges kommt wir haben jetzt erst vier sachen von neun und wie gesagt das ist ein wirklich sehr sehr gutes album und sehr so ein schätzt das ist natürlich vom sound her muss man sagen es ist vom sound her nicht ganz so ja es ist es ist natürlich ja ich meine das halt ein kind seiner zeit ist das erste album und auch zum thema studios in der zeit da würde man sagen es ist glaube ich damals noch ein anderes studio entstanden nicht in dem wo sie dann später alle aufgenommen hatten oder alle weiteren sein aufmachen ja es war noch das bluhaus studio wo sie aufgenommen hatten also ich bin total planlos was falkenbach angeht ja gut ja ich bin so ein herzensangelegenheit von mir dieser stream hier so was wollte ich denn jetzt mal machen genau ich wollte es noch mal weiter gehen da können wir noch mal kurz wieder zurück wechseln so so sehen wechseln was haben wir jetzt haben wir das nächste auch hier muss ich wieder ablesen weil ich nenne es halt einfach nur das magne album aber es heißt ja magni bald baldien og megintiri so magni baldien og megintiri so dass hier mit den schiffen druck hat auch mal so schön gesagt so die meisten artworks von falkenbach sind irgendwelche gemälde von leuten die schon seit 100 jahren tot sind so ich glaube ich habe auch von irgendeinem alten meister gemalt worden fragt mich jetzt aber nicht von wem ich habe es schon wieder vergessen so wie gesagt das album ist immer so ein bisschen das album was bei mir hinten runter fällt weil irgendwie habe ich das nie so ganz auf dem schirm das wird immer so ein bisschen aufgerieben ne es ja jetzt kommt es ja perfekt bin ich auch dafür so das ist ich glaube das hat ja schon einer in den social media oder so hatte den social media bei uns auf facebook geschrieben dass es für ihn das beste ist muss ich ganz ehrlich sagen für mich ist es nicht das ist es ist ein sehr sehr gutes aber ich meine es ist falkenbach album von alle bleiben bei allem sind für mich herausragend so steht nicht falsch aber es ist das wirklich das beste und vor allem bei dem was jetzt gleich noch kommt und bei dem was wir schon hatten schwer 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 wenn die galle hauen wenn die galle horn will sound ja großartiger so muss ja auch immer wenn ich mal dj gemacht habe und jemand hat sich falkenbach gewünscht wird sich dieser song sehr oft gewünscht wo der blood will soon be shed ein toller song ja der hieven ist vor ray auch schon wieder sowas was ein späteres ding vorweg genommen hat und hier eine sache dieses album auf jeden fall aufwertet ist der herauswerfer baldur ist tot baldur ist tot mega wenn ihr ihn nicht gehört habt hört euch diesen song an bitte das ist eigentlich so für mich persönlich auch der beste song von dieser platte aber 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 insgesamt wo ordnen man das ein habe ich jetzt auch mal gesund veressen ach ja ich habe vergessen was rauskommt ne ach das war noch schöne zeiten wir haben hier 1996 kam das erste album raus und schon keine zwei jahre später ich glaube dann hatte ich gesagt ja genau im sommer 96 und schon im januar also im grunde anderthalb jahre später kam dabei napalm records schon dieser schöne teil raus also muss man sich mal bedenken das ging das schon relativ schnell aber hätte die bisher gar nicht so zusammengebracht bin mal gespannt was du daraus machst ja ja was soll ich sagen hier das album ist natürlich auch wieder aus der aus nasa aus einer edda das ist der poetischen also poetic edda aus der siegris fu mal siegris griff mal mit stärke und glorie da bedeutet das übersetzt der album titel und wurde auch noch mal ein bluhaus studio aufgenommen und auch noch mal alles in eigenregie das war das letzte album was komplett in eigenregie erstanden ist ja balkenbach ist auch heute noch ein soloprojekt aber wie das jetzt genau zusammenhängt dazu kommen wir auch gleich noch mal das ist nämlich auch eine ganz ganz spannende geschichte die wir haben so und ja lange rede kurzer sinn jetzt sollten wir irgendwann eine wahl treffen ich packe das magne album jetzt mal auch in b ja mit der letzten demo ist es ist ja immer die letzte es hat einen deutlich besseren sound als die letzte demo dann keine frage aber was das song material an sich angeht und das ist das songwriting angeht sind für mich auf einer stufe packe ich jetzt mein b beides auf jeden fall weil das tod großartig genau so man ich habe mich heute so furchtbar ich habe mich über vorbereitet glaube ich heute weil ich jetzt habe ich so viel zeug hier liegen und ich versuche alles irgendwie abzudecken und nichts vergessen und so weiter guck mal dass du alle infos sagst hätte ich aber hätte ich jetzt egal bei so einem fall hätte man theoretisch sagen hätte ich mache so ein nachträgliches video drüber so ein on demand video aber das hätte dann auch zwei stunden gedauert und nachträglich ist keine ahnung habe ich eine bessere chancen dass ihr dabei bleibt und könnte mir sagen wenn ich irgendeinen mist erzähle so das war das dann dauert es jetzt kommen wir so ein bisschen zeit lassen wir jetzt aus ebenso neues album rauskommt nachdem es jetzt anderthalb jahre gedauert hat zwischen zwei alben haben wir jetzt glaube das waren was habe ich jetzt gesagt das kam 1998 ross gesagt 1998 im januar von 1998 im januar dauert es jetzt bis in den herbst 2003 bis das nächste album erscheint also fünf fast sechs jahre die man jetzt zeit hat obwohl man jetzt wenn ihr süßen sommerkinder wenn ihr damals wusste wie lange dass es später noch dauern wird bei falkenbach der durch gefreut dass es nur sechs jahre sind aber in diesen sechs jahren hatte sich einiges getan denn der gute vakiers hat sich überlegt er wechselt mal das studio kleine technische frage kann man den stream hier später noch ansehen muss gleich zur nachtschicht ja natürlich der stream bleibt online wenn er fertig ist könnte den euch ganz ganz easy angucken könnte man nicht mehr dann live mit kommentieren natürlich aber ihr könnt natürlich auch dann wenn ihr es euch nachricht anguckt gerne in die kommentare schreiben was auch bei uns zu ist so das geht natürlich genau was ist in den nächsten jahren passiert er hatte übrigens auch noch dieses eine label wo steht es skallig arts genau skallig art productions das hatte ja der gute vakiers auch noch das label vorher auch nicht besonders viel rausgebracht habe 99 hat es aufgemacht und 2003 4 war ja schon so ein bisschen wieder fertig damit hat es dann wieder ein bisschen ruhen lassen weil er gemeint hat es ist nichts für ihn so ein label zu betreiben hat zwar dann später noch so ein paar tribute sampler gemacht so ich will kato attribute zu uns selbst hommage zu falkenbach da gibt es dann wo andere künstler falkenbach songs cover auf sowas wie hordak ist mit dabei elowaiti tatsächlich und das muss ich mal reintun ist elowaiti auf so einem sampler drauf waren und auch folk earth meine ich auf einem gläuchte zwei und einem auf einem sind auch folk öffnet drauf diese supergroup damals mit verschiedenen folk und parker musikern waren ganz groß in dem icebass seiten wenn sich noch jemand daran erinnert aber ich schweife ab das waren so die skallig arts sachen und bei skallig arts gab es noch auf jeden fall eine band die ist windsaal oder windswahl und die waren aus luxemburg und da waren verschiedene leute mit dabei einmal der wie heißt der holten tyron und haggalas haggalas auch bekannt unter dem namen patrick damiani und der hat auch ein studio und das heißt title war das nicht das titel studio das title wave studio ja gut ich mir so viel aufgeschrieben aber das ist voll kompliziert ich kann ich schon mal zeigen da geht dann dann so ein pfeil nach oben zwei nach links dann wieder zurück das ist wenn man das mit so roten wollfäden an der wand aufzeichnen wird das aussehen wie eine verschwörungstheorie wie das bei falkenbach überall zusammenhängt und die die drei jungs kommen aus luxemburg wohnen aber irgendwie ist das ding in karlsruhe haben doch noch eine andere band le grand guignoll und ja die die haben sich so gut mit dem guten wackiers verstanden dass sie bis heute zusammengearbeitet haben aber wirklich die ganze zeit auf den alben nicht mit als aktive mitglieder geführt werden sondern nur als gastmusiker obwohl sie sich bei den rote zu kommen ich werde sich zu viel vorgreifen und mit dem title wave studio hat auch fragenbach ein studio gefunden womit sie endgültig glücklich waren und wirklich auch ab dauernd nur noch dort aufgenommen haben und wenn man das hört man auch als hat auf jeden fall die songs sehr aufgewertet man merkt auch dass er sich dort wohl fühlt dass es dort gut läuft und so wurde dann war mir nicht auch doch ja man hier waren auch auf dem skaldic art eine zeit lang ganz richtig die waren auch dort ich stüße mal ab habe einsatz adios ja mach's gut floppy wir hatten ja eben schon darüber gesprochen tatsächlich die erste längere pause ja ganz genau und dann erschien dann doch irgendwann 2003 die oh gott woher sieht er jetzt muss ich noch mal raus suche hier ist ach hier liegt sie doch gerade ich habe zum glück die sachen vorher ein bisschen geordnet die oknefner tüs war tü so wie seht ihr hier eine sehr schöne scheibe und witzigerweise 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 ist die oknefner die oknefner die unbleckmetallische scheibe die glaube ich faltenbach in all ihrer zeit aufgenommen haben und da ist wirklich kein scream gesang drauf kein größeres black metal riffing wir haben hier wirklich fast nur ja epic epic pagan metal in reinkultur sehr fast schon ich will sagen operesk ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben aber es ist schon ja es ist einfach schon sehr episch was wir darauf gemacht haben kann man auf jeden fall so zusammenfassen alte songs natürlich auch wieder der ardent awaited land hatten wir ja eben schon mal hatte ich gesagt eben bei dem dem album ist auch so auch da noch sehr keyboard lastig aber halt mit verzerrten gitarren und auch ein bisschen black metal einsatz und hier ist dieses auch noch into the ardent awaited land hier ist es nur der ardent awaited land das ist dann auch wirklich mehr in akustik so also bisschen back to the roots zu den wurzeln von falkenbach und das war dieses album wo keine so richtig black metal drauf ist da war schon so dabei so das gebe ich in die c-kategorie das waren ja die songs und da ist mir wieder eingefallen ach ja das waren ja alle da waren ja die ganzen songs drauf die dann doch wieder eigentlich ziemlich geil waren und die haben doch so viel spaß gemacht haben auch so wie das donna donna's oak so die donna eiche großartig ne as long as winds will blow ich glaube es gibt doch kaum ein es gibt auch glaube ich kaum ein album von falkenbach wo so viel englisch drauf ist also wo man auch so viel dann doch verstehen kann wenn man möchte wie hier das ist obwohl bei den späteren was dann auch generell mehr englisch auf jeden fall ich schweife ab auf jeden fall ich schweife ab aber die aufmachung ist auch so geil hier drin ich mag das hier mit dem centerfold wie dem adler das sieht richtig gut aus oder falken wahrscheinlich keine ahnung nee raben raben natürlich haben natürlich so was kommt jetzt am ende bei rum die oknefner ist einfach ein richtig geiles ding es stand auch glaube ich so für wissen für das was in der zeit war und hier auch wurde natürlich auch wieder das fortgesetzt was wir eben schon bei den anderen halt hatten es sind auch wieder alle songs drauf klar aus demo zeiten das ist und sich wirklich durch die band geschichte ziehendes element dass immer wieder auch alte songs drauf sind aus demo zeiten wie gesagt hier eine andere version von der aren't awaited land und dann packen wir auch mal das in eine kategorie hier ist das cover sieht das ist immer so blöd die sind so glücklich haben die so einen anderen farbton ist echt schwer die auseinander zu halten allein schon die heralding und die oknefner sehen sich sehr ähnlich was tatsächlich gewollt ist übrigens was gewollt ist sie sind ja relativ nah beieinander rauskommen und der wakias hat gemeint es ist auch so ein bisschen so die krise sind damit dieser full circle gekommen warum erzähl ich euch gleich so ich tue es auf immer die a-kategorie da ist es auf jeden fall gut aufgehoben ist es mir gefällt es auf jeden fall besser als magni und es ist auch wenn es mir persönlich natürlich nicht ganz so gut gefällt dass kein blackmail drauf ist deswegen kein es aber für das was es ist für diese epik für diesen reinen unverfälschten paragon metal für diesen folg metal ist schon sehr sehr geil also dass da da wäre es jetzt auch fies auf b rein zu stufen so genau das wollte ich sagen das habe ich glaube ich jetzt auch alles ich konnte auch immer eine sauglautchen bolt horn meine ich doch natürlich in den drama so so mal kurz wieder ein bisschen so so viel gelabert auf einem in einem zug kommen richtig schnell durch haben wir jetzt schon eine stunde sind wir drin und wir haben noch drei alben mal gucken wie langweil machen kann auch sein dass wir ein bisschen früher heute schluss machen und beziehungsweise am ende auch noch mal ein bisschen was anderes reden ist die box noch irgendwo verfügbar discords auf jeden fall aber da wäre ich vorsichtig ich kann ja mal gucken kriegt man sie auch noch zu zivilen preisen nein world of cd kriegst du sie auf jeden fall aber ich gehe mal davon aus dass du sie auch als vinyl haben willst oder ja als cd kriegst du sie auf jeden fall das muss ich mal zeigen hier also bei amazon aufpassen als für cd kriegte die box mit denen also sind ja sieben also auf jeden fall sieben releases und einer besteht aus drei demos also sind es deswegen neun aber die vinyls alter verwalter hier das das ist hart das kriegt ihr bei discords günstiger ist bei discords könntest du ja für deutlich weniger kriegen das ist ja jetzt noch scalper preise alter alter verwalter was kostet bei bei napalm napalm hat ja auch nur die cd-version so 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 gibt wohl kein vinyl mehr bei napalm naja 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 also da wird schon fast immer discords gucken also da habe ich glaube ich günstiger sehen da kostet zwar mit 300 euro zwar noch doppelt so viel wie sie normal ist aber ich glaube es gab doch mal eine es gab doch eine zweite auflage meine ich von dem ganzen wo ist denn die zweite auflage ist ja auch schon gut die zweite auflage ist auch schon wieder ein bisschen her ne ich habe die auch die goldene habe ich das ist noch die seltene also müssen mal gucken es gibt ja auch unterschiedliche die schwarze vinyl die goldene vinyl und dann glaube ich schon buntes vinyl die bunde vinyl ist glaube ich die zweite auflage gewesen ne ich finde es tatsächlich nicht also ich finde es nur als second hand und dann auch relativ teuer ja 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 naja gut ist halt immer tausende stück auflage das war jetzt auch nicht so übertrieben viel so genau so wie gesagt er hatte dann der gute mag jetzt hat er dann seine leute gefunden und man könnte ja gerade mal kurz gucken ob ich ein bild finde so hätte ich auch vorbereiten können aber so nach gott so so das ist dass wir sagen die musiker die dahinter stecken bei falkenbach winz wahl also die gastmusiker die dahinter stecken die auch mit zusätzlichen vocals und gitarre bei steuern natürlich nicht alle sie haben auch noch mal eine neuere band gegründet dass die gab sie gibt es jetzt nicht mehr winz wahl die haben sich ja schon irgendwann umbenannt club ab 2006 und der sind an der legros legros guignol geworden und ja die sind auch in holt weiß auch keiner genau was sie machen ob das letzte was sie gemacht waren ein album 2007 ich glaube ich erinnere mich noch weil damals fand ich schon das das promo foto von denen fand ich so bescheuert ja ich glaube da fahren sie auch besser wenn sie also das projekt vielleicht doch ruhen lassen ich weiß nicht muss ich mal reinhören aber ich bin jetzt auch nicht so der symphonic extreme metal typ muss ich ganz ehrlich sagen also ja ich wollte schon mal zeigen wer wer sich hinter diesem namen versteckt versteckt wie hakalas und tyrant und und co gold und schwarz man nur die gesamte box ups sorry schwarzes müde gibt es bei den einzelnen alben auch ok ok einzelne news bekommen wir wohl noch bei prophecy so jetzt kommen wir mal 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 weiter jetzt haben wir genug hier kleinere exkursionen gemacht kommen nämlich jetzt mal zu heralding dem ersten album womit ich kontakt hatte und wie werde irgendjemand hat auch geschrieben bei instagram oder bei facebook das erste album ist das beste album gemacht mit dem man kontakt hatte in meinem fall stimmt das tatsächlich heralding der fire blade 10 years in the making könnte man es auch nennen 2005 rausgekommen dann hat es 25 11 2005 bei nerphalm records ursprünglich mal 1995 aufgenommen worden als die fire blade beziehungsweise angefangen worden aufzunehmen und es führte nirgendwo hin der wacke ist hat es gemeint im interview er hatte damals natürlich noch nicht so die ressourcen mitte neunziger ist dann irgendwie zu dem nächsten studio gegangen was er so was also gab bei ihm in der ecke hat gemeint so ja kann so cd produktion und er so job kann ich war aber nicht ganz das was ich falkenbacher vorgestellt hat entsprechend lief das ganze so ein bisschen schäbig und es hat sich umgegangen so rekommend es wird nirgendwo hin ich baller hier nur geld rein und das ganze wird einfach nur kacke also wurden die ganze abgebrochen und er hat sich erstmal mit anderen sachen also mit anderen aufnahmen und mit anderen projekten innerhalb von falkenbach weitergeführt das ding lag dann erstmal eine ganze weile rum und ich glaube es war auch gar nicht so schlecht ne ich glaube the fire blade wäre mitte der 90er mit den möglichkeiten die er damals hatte nicht das album geworden was es dann halt tatsächlich auch im mitte der 2000er wurde dadurch dass er halt diese gastmusiker hatte session musiker die kollegen die haben auf jeden fall eine ganze menge ja beisch zu steuern gehabt ne es ist natürlich ein riesiger unterschied wenn nur wenn du sich einzelne leute auf einzelne sachen konzentrieren können wenn du einen richtigen drummer hast drüber war ja auch selber froh dass ich den verdammten drum computer los werden konnte noch mal jemand der auch mein keywords unterstützt und so weiter keywords war ja das erste instrument tatsächlich was wakias gelernt hat hat er gesagt mal im interview aber hat er dann noch irgendwann aus den augen verloren und die gitarre doch ein bisschen stärker in den fokus genommen und was sollte ich sagen ich zeige es auch noch mal hier ich meine hallo ist es das das album wo ich sage das ist mein persönliches lieblings aber jetzt nämlich die wertung auch schon ein bisschen vorweg aber naja gut ist ja egal die heralding the fireplate ich habe es jetzt auch schon in so vielen videos gesagt aber in einem meiner allerersten youtube videos habe ich schon mal gesagt wo es um lieblings songs ging oder auch um lieblings album da ist regelmäßig bei mir die heralding the fireplate ganz ganz weit oben even for a was ein opener of forest unknown schön brutal und auf die fresse haben wir mal yalla ist hier nochmals bolo streck mit drauf roam land das ist ja eigentlich auch ursprünglich von der zweiten demo die es heute gar nicht mehr gibt heralda ist immer auf natürlich wenn man schon so eine art best of hat dann hat man hier auch natürlich auch wieder lecknis hindrimpend drauf äh walkis ja und skinnier was habe ich skinnier davon geliebt früher schon allein ich glaube das war als ich so das album erstmal gehört und der song der wirklich mich immer beeindruckt hat bei dieser song skinnier baut diese ultra fette epik auf du hast wie schon als würdest du herr der ringe irgendwie in deinem kopf dann gleichzeitig als kopfkino abspielen während dieser song läuft wie so eine schlacht und so schlacht an hells klamm richtig richtig geil richtig richtig geil auf jeden fall und witzig ist ja auch er wurde in dem interview mal gefragt wer ist denn die dame es gibt ja eine frauenstimme die hört man da bei skinnier ich weiß gar nicht was hier in den lyrics drin steht ah ja genau also die die frauenstimme die da sagt arise skinnier now ride swiftly to pray and my son and ask him this with whom is the wise one so angry so sad at heart und da wurde gefragt wer ist diese frau es steht ja nur in den credits drin und das witzige ist das ist tatsächlich vom studio besitzer die damalige freundin weiß nicht ob die immer noch zusammen sind kann doch jetzt noch die freundin sein war auf jeden fall zu dem damalige zeit die freundin von patrick damiani also dem von title wave und gleichzeitig dann auch dem der ist ja auch der hager das hat die gitarre da gespielt mit auf dem album also ganz unspektakulär wacke sagt also ich braune frauenstimme wer war gerade irgendwie in der nähe wer war gerade wer hat gerade zeit freundin vom session musiker oder vom session gitarristen und gleichzeitig vom produzenten oder vom studio besitzer und dann so ja hättest du nicht lust das meiste zu sprechen und sie so ja okay kann ich machen und es klang geil und habe gesagt klingt doch gut klingt richtig gut nehmen wir und muss sagen ist mir jetzt nicht aufgefallen dass das eine Notlösung war oder dass das einfach nur so ja das ist ja jetzt kein großes Casting oder kein größeres kein größeres Ding dahinter draus gemacht wurde sondern dass das einfach so sich ergeben hat und es passt richtig gut es macht richtig guten Job und es trägt auch ein bisschen zu dieser epischen Stimmung bei vor allem weil man einfach weil es ja sonst glaube ich nirgendwo ein Frauen Gesang Frauen Lyrics oder sonst irgendwas gibt bei bei Falkenbach oder Spoken Words wo daher war das auch so hat es nochmal zu dem cineastischen Charakter von diesem Song beigetragen aber ich habe es mal nicht ganz verpasst nein hast du nicht hast du nicht du kommst mitten drin rein sozusagen bei den besten kommst du rein da geht es um ums bestellen so dann ziehen wir dieses Album mal so müssen wir den Übergang machen kommen wir natürlich wieder zur Wertung wo ziehen wir dieses Album jetzt natürlich rein ich habe ja schon gesagt das ist mein Lieblingsalbum natürlich kommt es auf S und ich sage euch jetzt auch nochmal wo man es jetzt ich hoffe man sieht das irgendwie halbwegs ich kann es auch ein bisschen größer machen naja das funktioniert nicht so wie ich es mir gedacht habe das war vielleicht ein bisschen viel so ich kann es auch nicht so zeigen was mache ich auch noch die Alben kann man hier ein bisschen groß wir sind doch hier nicht bei armen Leuten das sind wir die Albencover also so ich habe gesagt wie gesagt die Albencover von so was mache ich das am besten so die Albencover von der Ock von der Ock Nebner und von der Rallding sehen sich natürlich ähnlich aus und das ist natürlich auch gewollt dass sie so ein ähnliches Farbschema haben weil sonst haben ja die Alben immer so ein bisschen unterschiedliche aber ein bisschen eigene Farbschemen hier ist es gewollt weil sie für ihn so ein bisschen das der Anfang und den Ende eines Zyklus darstellen die Herr Rallding war sozusagen ja so seit der wirklich seit der frühen Phase von Falkenbach auf seinem aufs Schlag sozusagen auf seinem Tisch beschreibt viele alte Songs es ist ja wirklich sehr sehr es ist ja eigentlich nichts Neues mit drauf es sind ja nur alte Songs die nochmal dann endlich mal fertiggestellt wurden oder nochmal in ihrer finalen Version präsentiert wurden während bei der Ock Nebner natürlich die ganzen Black Metal Sachen eher in den Hintergrund getreten sind und fast nur bis auf einen Song neues Material drauf ist was eine ganz andere Seite der Band dann gezeigt hat würden wir sagen den dortigen Stand der Band abgebildet hat so das wollte ich jetzt nochmal kurz dazu machen es steht für sensationell ja es steht für es steht für super wenn man so das amerikanische Schulnotensystem wahrscheinlich ist die Vorlage gewesen ursprünglich mal es kommt ja auch eher so aus dem amerikanischen diese Tierlisten es steht für super A steht für 1 das ist eine 2 für eine 3 und eine 4 5 und 6 macht man nicht die kommen dann würden dann gar nicht hier reinkommen aber wie gesagt es steht ja auch nur im es steht auch nur im Kontext von Falkenbach diese Skala die schlechteste Scheibe hier ist immer noch besser als das meiste was sonst so rauskommt im Pargan und was hier was hier es ist das ist einfach für mich persönlich das Überzeug schlechthin was ich mir wirklich immer anhören kann egal egal was los ist so also ja sensationell kann man ist eine schöne Umschreibung dafür auf jeden Fall so so jetzt wollte ich nochmal gucken was habe ich noch vergessen wollte ich noch irgendwas zu dem Album sagen ja die Story mit dem Studium erzählt mit der weiblichen Stimme die haben wir ach ja genau ach genau 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 ich hatte euch ja erzählt wir hatten ja bei der Demo hier äh bei der SIN hier bei der da hatten wir ja den Fall dass es den Titel gab Endermed Rikifara das war ja der Titel der so hieß wie das Debütalbum aber nicht auf dem Debütalbum drauf war sondern auf Heralding drauf war unter dem Namen Valkyrsia hat er es dort drauf geschafft also da sieht man mal was für Wege hier teilweise die Songs gegangen sind um dann am Ende dann doch irgendwie in einer breiten Masse oder einer breiteren Masse zugänglich gemacht zu werden sehr sehr interessant und für mich eigentlich auch die Perfektion was es wenn es darum geht Epic Black Metal Pagan Akustik alles mögliche alles was die Band ausmacht zu vereinen und auf den Punkt zu bringen und wirklich nicht irgendwie dass ein Bestandteil der Band zu mächtig wird sondern alles sehr ausgewogen nebeneinander stehen zu lassen um die wirklich die besten Sachen die die Band hat zu präsentieren und das ist hier wirklich richtig gut gelungen auf jeden Fall das wollte ich jetzt hier an der Stelle nochmal sagen so genau das haben wir dann dazu gemacht und dann kommen wir ja dann kommen wir jetzt wieder in so eine ah dann kommen wir jetzt wieder in so eine düstere Zeiten könnten wir es nennen das ist düstere Zeiten sagen wir einfach mal so es sind Zeiten gewesen wo ja wo jetzt lange mal nichts rausgekommen ist ich kann mich noch mal erinnern das war witzig ich kam in die Metal Szene rein dann kam da war das gerade rausgekommen das heralding ich fand es mega geil und dann kam halt lange Zeit nichts mehr von Falkenbach er hat auch in der Views gesagt ja mal gucken was passiert vielleicht dreht sich mal live auf das war ja so immer unser Running Gag dann auch so ich hatte auch einen anderen Kumpel oder auch zwei andere Kumpels die auch total auf Falkenbach standen wir immer so ja geil egal wenn die auf Sylt spielen wenn die im Bergisch Gladbach oder wenn die auf dem Matterhorn spielen wir fahren da hin und gucken uns das an waren dann immer so fixe Gedanken und es kam nie dazu weil die Tour die immer wieder angekündigt wurde kam nicht ich meine theoretisch hatte er ja jetzt Gastmusiker, Sessionmusiker die auch die Sachen mit eingespielt hatten und auch wahrscheinlich auch Bock gehabt das zu machen aber es kam nie dazu und auch generell war relativ wenig ich meine es war eigentlich genau der Zeit also nachdem es nachdem es 2005 das denn rausgekommen war das ja heralding ging es ja dann auch in der so im im Underground nicht nur im Underground halt auch generell so in der Metal-Szene in Deutschland ja schon sehr stark mit diesem Folk-Metal Pagan-Metal Wiking-Metal-Hype wie gesagt eine Band die Illowayti die noch Tribut geleistet hatte auf Hommage zu Falkenbach wurde selbst riesengroß dann mit der Zeit und Falkenbach selbst war relativ ruhig also man hat nichts gehört es gab ein oder zwei glaube ich mal irgendwo auch wenn es in OG-Pagan-Sonderhäfte gab wie die Pagan-Fire von von Legacy da gab es natürlich auch mal ein Falkenbach-Interview mit drin aber sonst hat man nicht viel davon gehört und man war dann sich unsicher passiert da überhaupt noch irgendetwas ne so das mit dem S kommt denke ich auch aus der japanischen Kultur dort sind ja die Belohnungen ja meistens so gut dass ein A also eine 1 nicht wirklich besonders ist und man deshalb etwas Höheres wollte ja kann auch gut sein das sieht man ja auch auf den japanischen Games oder so weiter wenn dann irgendwelche Sachen bewertet werden wenn du irgendwelche Ränge oder so bekommen kannst hast du ja oftmals in so Japano Games B A Rang oder einen S-Rang oder SS-Rang was in Deutschland auch immer sehr komisch klingt wenn man irgendwo den SS-Rang bekommen kann aber ihr wisst ja was ich meine das ist dann besonders gut so Falkenbach in Falkenbach ja Odal ja genau Odal ist einer von den einer von den Leuten mit denen ich früher sehr viel über Falkenbach geredet habe kommt jetzt sicher hochsprünglich aus meiner Ecke und wir Falkenbach es gibt tatsächlich da wo ich herkomme ich komme aus Limburg und es gibt bei Limburg halt auch einen Ort in der Nähe also im Landkreis der heißt Falkenbach oder hat wenn man immer so in diesen Schildern vorbeigefahren ist 5 Kilometer bis Falkenbach oder 10 Kilometer bis Falkenbach da hat man nämlich immer den Witz gemacht Falkenbach in Falkenbach stimmt danke danke dass es mich nochmal daran erinnert dass das hier dass das hier nicht untergeht so ja ich habe auch letztes Jahr ja Prophecy Prophecy wenn Falkenbach mal auf dem Prophecy gespielt hätte dann wäre ich aber sowas von ich glaube ich wäre auf das Prophecy nach Brooklyn geflogen also das hätte ich mir nicht hingehen lassen auf gar keinen Fall boah weiß nicht dass Rockharts das auch mal einen April-Scherz machte mit Falkenbach bestätigen boah Falkenbach bestätigen ist ein fieser April-Scherz das ist ein richtig fieser April-Scherz weil so viele Leute ja auch darauf gehofft haben so machen wir nochmal zurück wir brauchen ja jetzt aktuell immer gerade nicht die Tierlist was wir brauchen ist das nächste Album das nächste Album ist die ja das wie gesagt das war eine lange Zeit still es hat fünf Jahre gedauert bis 2011 aber dann erschien auch tatsächlich ein neues Album und auch bei Napan Records und es war die Theorida Theorida oder Theorida Ruhm bedeutet das wenn ich das richtig verstehe glaube ich auf irgendeinem holländisch-deutschen germanischen mittel-alt-hochdeutschen Dialekt glaube ich irgend sowas so hat auch da und ich muss sagen als die rauskam also das hier ist ja auch noch die schöne Version also das ist ja noch dieses schöne Cover das gelbe Cover gibt ja auch noch hier wenn man es mal eingibt warte mal ich gucke gerade nur mal ich gucke nur mal gerade dass ich es finde gibt ja noch etwas nicht so schönes Cover das hatte mich damals nämlich schon als weil das wurde irgendwie immer überall gezeigt auch bei den ganzen Streaming-Sachen was heißt nicht so schön es ist irgendwie sehr untypisch gewesen für Falkenbach auf jeden Fall hier sieht man es auch bei Amazon so hier sieht man es auch also dieses ja es ist schon irgendwo ganz cool gemacht aber es sieht halt nur nach einem Falkenbach-Ding im ersten Augenblick aus klar man könnte das argumentieren schwarz-weiß wieder so ein bisschen eine Rückführung auf die ganz alten Tage auf die das erste Album weiß nicht das hat null gepasst irgendwie wurde das überall gezeigt und ich muss auch sagen als es dann rauskam ich war es hat gebraucht also ich habe dann halt auch so ich meine da sind ja auch so Songs drauf so Tanfana ist eigentlich auch ein älterer Song ich meine den gab es auch immer auf einer Demo den man jetzt glaube ich nicht also auf einer unveröffentlichten Demo kann man so sagen die man jetzt nicht mehr findet auf der zweiten oder so war glaube ich Tanfana drauf weiß ich nicht also das war mir es war mir zu dudelig es hatte schon so ein bisschen was fast schon in den Jahreszeiten von Nagarot gedöhnt so ein bisschen und das finde ich auch schon nicht so geil in Flames war mir also da ist wirklich ein Song drauf der ist in Flames der war jetzt auch nicht so hundertprozentig meine meine Kragenweite weil schönes Instrumental auch Sunavent ist auch schön hat auch so ein bisschen romantisch verträumt Aserland hier als Bonus trägt mir drauf eigentlich auch ein alter Song meine ich das ist auch aus den Demo Zeiten ja wieder mit rüber geräumt also auch schon Runes Shall You Know das ist ein ganz geiler Song den fand ich ganz cool Time Between Dog and Wolf ist glaube ich sogar ein Song den mal einer der Gastmusiker gemacht oder Hagalas meine ich oder Tyrant ich glaube irgendwann hat er was damit gemacht entweder ein Text oder die Melodie irgendwas war da und ja 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 ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin irgendwie mit der Theorie da nicht so damals nicht so warm geworden muss ich ganz ehrlich sagen ne meine ich so meine Platte aber sie jetzt auf C runter zu stufen wäre fies muss ich ganz ehrlich sagen sie auf C runter zu stufen wäre fies weil ich hab's mir jetzt letzte Woche noch nochmal intensiver angehört und ich muss sagen ich hab ihr Unrecht getan also ich hab's mir jetzt nicht schön gehört oder so damit ihr euch jetzt nicht denkt so da drinnen hört sich die Platten schön damit alles irgendwie weit oben landet ne das nicht aber ne ich muss ganz ehrlich sagen es war irgendwie ja doch hab ich ja also es hat dann doch mehr Klick gemacht bei manchen Sachen also bei manchen Sachen hab ich gedacht so es war gar nicht insgesamt gar nicht so dudelig wie ich es dann irgendwie in Erinnerung hatte insgesamt hat's dann doch schon irgendwo gepasst deswegen deswegen packen wir es auf jeden Fall mal in die B Kategorie ist zwar dann schon fast ein bisschen anmaßen sie mit der Markknie zusammen zu machen aber es ist ja auch zu fies sie auf C runter zu stufen ne ja so man kann sich fragen warum der Gute die Jahre nicht aufgetreten ist kann man ja nur in mangel in mangelnder Lust liegen mangelnde Lust ach das ist ich weiß nicht das ist fies mangelnde Lust ist echt glaube ich ein bisschen fies gesagt bei bei Falkenbach man weiß halt nicht was los ist ne der sagt immer mein Privatleben geht euch nichts an ist auch sein gutes Recht niemand muss sein Privatleben irgendwo gerade als als Underground Musiker musst du dein Privatleben irgendwo preist breit treten er wurde ja auch schon mal sehr direkt gefragt ob es vielleicht an irgendwelchen Jobs oder so liegt die er hat dass er sich nicht öffentlich zeigt oder so ich will nicht drüber reden ich persönlich gehe auch schwer davon aus dass der Mann vielleicht auch einfach sehr viele andere Dinge zu tun hat der wird nie im Leben von Falkenbach leben können also nie im Leben keine Chance ich meine der tritt nicht live auf und die Sachen sind meistens auf fünf Stück begrenzt es gibt kaum T-Shirts oder sonst irgendwas also ich wüsste nicht wie der davon leben kann also von daher würde er wahrscheinlich irgendeinen anderen Job haben vielleicht hat er auch Familie keine Ahnung 100.000 andere Verpflichtungen vielleicht hat er auch geheiratet zwischendrin das wissen wir alles nicht also es kann ja irgendwas da dran gelegen haben oder er hat sich mit den Musikern mit denen er hätte auftreten sondern zerstritten auch möglich keine Ahnung sind sie zu gut zerstritten keine Ahnung also ich möchte auch keine Gerüchte aber ihr wisst was ich meine die Möglichkeiten was da passieren kann sind unendlich so so denn machen wir mal weiter habe ich noch irgendwas was ich noch zu sagen wollte zur Theorie da wie gesagt bedeutet so viel wie Ruhm im Althochdeutschen das ist genau im Althochdeutsch was genau das ist eine unberrangierte Version von Aserland gewesen genau klar die Demo-Songs sind alle irgendwie dann später wenn sie später nochmal aufgetaucht sind anders geworden die Tanfana sollte eigentlich auch ist glaube ich doppelt so lang gewesen in der Original-Demo-Version und auch noch glaube ich noch ausschweifender und noch krasser und mit noch mehr Zusatzgedöns und so weiter das hat dann alles nicht mehr gepasst und wäre auch zu teuer geworden im Studio deswegen haben sie es dann dabei gelassen der Albuin spielt hier auch nochmal ein paar Bassspuren das habe ich mir auch noch aufgeschrieben richtig der von Metal.de und von Ice also der glaube der Herausgeber von Metal.de beziehungsweise der eine von Ice der ist ja auch mit einer Bassspur bei der Track 1 das zu hören das stand bis bei Metal.de fand ich auch irgendwie sehr kurios äh genau es waren Times Between Doc and Wolf und Sunavent wo die Gastmusiker sich erstmals auch ein bisschen kreativ verausgaben durften vorher waren sie ja wirklich haben sie ja gar keine kreative Macht hier durften sie dann sich auch mal was beisteuern äh ist ja ähnlich wie man hier schreibt noch der Odal die auch nicht mehr auftreten gibt es ja auch Gerüchte bezüglich Krankheit daher kann viele Gründe haben ja ganz genau das ist es es bringt überhaupt nicht zu spekulieren weil es kann es können wirklich es kann sein dass er einfach keinen Bock hat es kann wirklich sein dass er keinen Bock hat kann aber auch tatsächlich ein ganz tragischer Grund sein dass es wollte und das ist auch kurz bevor stand weil es klang wie gesagt wenn man sich die Interviews durchliest von Falkenbach hat man immer so das Gefühl er will nie konkret werden bei irgendwas bei bei den bei den Auftritten wurde es bei den später gerade so zwischen 2006 und 2011 klang das schon sehr konkret als würde es doch bald bevorstehen aber irgendwas scheint im ganzen Land den Strich durch die Rechnung gemacht zu haben wir werden es nie erfahren es sei denn erinnert irgendwie seine Ausrichtung und ist doch noch auf einmal ganz redselig aber ich bezweifle dass das passieren wird so dann machen wir aber mal weiter mit dem Asa Album Asa Album habe ich auch hier das hätte ich auch als Tape zeigen können aber ich habe es jetzt einfach mal hier als die habe ich jetzt einfach mal als LP hier Asa mit Abstand der kürzeste Album Name und der einfachste Album Name den er zu bieten hat ist dann auch nicht mehr bei Napel rausgekommen sondern tatsächlich bei Prophecy und es ist so tatsächlich auch ein man sieht es ja auch mit mehreren Seiten also nicht nur A und B sondern es sind sich auch ein bisschen mehr A, B und C das heißt wir werden wahrscheinlich auch eine Leerseite haben und ja was kann man hier doch drüber sagen was man vor allem drüber sagen kann ist dass die Asa glaube ich keinen einzigen Demosong mehr enthalten hat das war glaube ich bei allen anderen schon so dass irgendwelche aufbereiteten Demosongs noch mit der Wahl waren aus der Prä-Debüt-Album-Zeit das wurde dann hier glaube ich tatsächlich erstmals ja es ist erstmals weggefallen auch wieder ein schöner Mix aus verschiedenen Sprachen die wir haben alten nordischen und germanischen Sprachen alt hochdeutsch und ich glaube teilweise haben wir auch irgendwas englisches drauf The Bronze und Embrace glaube ich hier ich glaube das ist so das Return to the Ultima Tool es sind so ein paar englische Sachen drauf aber sie sind ja im Großen und Ganzen es ist glaube ich relativ eindeutig dass man wie hier auf andere alte Sprachen geht ich kann ja mal gucken ja doch hier Beloved Feral Winter ist noch auf Englisch ja doch ein paar Sachen auf Englisch ein paar Sachen auch auf den alten Sprachen also sehr schön gemischt ich habe so ich vergesse immer irgendwie ich kann mir das nie so genau merken weil es verschwimmt halt auch immer so ein bisschen zwischen den ganzen Alben und zwischen den ganzen Releases die Aser muss ich ganz ehrlich sagen 2013 ich irgendwie nicht mitbekomme dass sie rausgekommen ist steht es mir nach ich weiß nicht ich war wegen der Theorie da war ich damals da schon ein bisschen enttäuscht gewesen und ich habe sie mir damals wie gesagt nicht oft angehört ich fand sie auch nicht so übertrieben gut und da war für mich auch ein bisschen der Ofen aus und war auch ein bisschen enttäuscht dass es mit dem Livevertretten nicht geklappt hatte da hatte ich mir die Aser damals als sie rausgekommen war gar nicht geholt ich hatte sie tatsächlich erst jetzt dann Jahre später die Box bevor die Box rauskam glaube ich so 2019 oder 20 hatte ich mir dann auch kurz bevor die Box rauskam nochmal das Tape geholt von Aser das kam dann auch bei Prophecy raus aber ansonsten hatte ich weiß nicht die Aser ist aber sehr unterschätzt also ich weiß noch was klar ich hatte noch was gehört aber das Ding ist zum Beispiel sowas wie Wulpe Weht der zweite Song ist mega geil also richtig streibender Pragan Metal Song aber auch wie andere Songs auf dem Album hier klingt es halt überhaupt dann gar nicht so richtig mehr nach Falkenbach es hat schon so diesen Pagan Black Metal Touch so Richtung ich will jetzt nicht sagen wie bei Obscurity Riga oder ganz alten Wark so zu Wolfszeit Zeiten aber irgendwie hatte sich was verändert ich meine klar sie hatten zu Prophecy gewechselt das war wir hatten inzwischen die 2013 und die Zeiten haben sich einfach auch geändert die man merkt dass wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kreative Arbeit eingeflossen ist von den Gastmusikern das Album hat sich natürlich schon so ein bisschen verändert aber es gibt natürlich auch klar die so Blut für Blut oder so der erste Song hier Mean Lazy Wood das ist schon eine ganze Menge Zeug drauf was auch schon sehr klassisch Falkenbach ist aber es sind auch teilweise Songs drauf wo du dir denkst so ach das ist ein Falkenbach Song hätte ich jetzt nicht gedacht also wie gesagt gibt es einiges drauf wo man sich denkt so ok überrascht mich aber er muss ja nichts Schlechtes sein überrascht zu werden musste ich mich halt erstmal ein bisschen mit einfreunden und inzwischen muss ich sagen finde ich die Asa richtig stark also inzwischen macht sie mir richtig viel Spaß ich war da anfangs sehr sehr kritisch war vielleicht auch so ein bisschen was ich eher wieder vielleicht war es auch einfach so nach diesem Überalbum Heraldink was damals in den 2000er rauskam was auch für mich persönlich ja so eine Initialzündung war wo ich gesagt habe so boah das ist also das ist für mich so ein bisschen der Gipfel des Pagan Metal oder des Viking Metal oder wie auch immer Metals oder generell eins meiner absoluten All Time Top 5 Alben also bei manchen bei manchen Listen schreibe ich auch extra auf die Nummer 1 von daher war es schwer dem ganzen dann nochmal einen Nachfolger zu bieten der dem ganzen irgendwie gerecht wird und ja ihr seht es bei Theorida das ist ein ganz schöner Absturz und dabei Asa weiß ich nicht war ich ein gebranntes Kind und es hat ein bisschen gedauert aber inzwischen würde ich sagen kann ich mich ganz gut und sehr gut mit dem ganzen anfreunden und es ist auch mit eigentlich so das Album was so ja am rundesten aus einem Guss wirkt so in sich geschlossen und deswegen passt es auch so gut so auch Kneffner weil es ist ja auch das auf dem Album auf dem Album würde ich auch sagen auch aus einem Guss passen sehr sehr gut zusammen und ich ziehe es jetzt mal auf die A tatsächlich ich meine A ich habe auch das T-Shirt dazu an können wir das Ganze nicht mal passend zusammenziehen mit Asa habe ich mich irgendwie schwer getan ja ich auch ich habe es jetzt wirklich mir mir jetzt nochmal ich habe es mir jetzt noch einige Male angehört und ich habe mir gedacht es ist echt ein gutes Album es ist ein gutes Album und es verdient eigentlich auch den Status und auch in den Interviews die er damals gegeben hat der der Warkas für ihn auch dass es selber ist Album des Jahres 2013 er hört auch nichts anderes das ist ja das Witzige wenn er wenn man ihn fragt was hörst du dann sagt er er hört Falkenbach 95% der Zeit hört er seine eigene Sachen und er wird er kann es auch nicht verstehen wenn Musiker danach gefragt werden was für Alben des Jahres sie haben warum sie nicht einfach ihr eigenes Zeug nennen weil man muss doch das was man raus hat soll doch eigentlich so der persönliche des eigenen Geschmacks das höchste des eigenen Geschmacks sein falls es euch interessiert das habe ich auch mal nachgeguckt in einem Interview was sind denn eigentlich so die Einflüsse womit hat er denn eigentlich angefangen hat er sich natürlich auch mit rumgedruckt aber so Sachen wie Possessed Pariah oder Celtic Frost waren tatsächlich auch Einflüsse für ihr für Vakias bisschen hammerhart auch das hat er auch mal zugegeben aber nicht so sehr und genau das wollte ich auch noch sagen und er hört natürlich ganz viel er hört ganz viel Klassik das hat er auch in einem Interview gesagt Krieg Wagner Grode da ist auch ganz voll mit dabei und auch ganz viele Eigenproduktionen und Demo-Versionen hat er auch mal in einem Interview gesagt wo ich mir gedacht habe das ist die Black Metallischste Antwort die du darauf geben kannst als Musiker habe ich gefragt was du das hörst in so privaten ich höre auch noch klassische Musik Wagner Krieg und Demos und Eigenproduktionen von denen du wahrscheinlich noch nie was gehört hast so hat er es nicht gesagt aber es kam so ein bisschen so dieser der harte Black Mettler kam da so ein bisschen raus fand ich ein bisschen witzig so Andi schreibt noch natürlich kann er nicht davon leben aber eine Gage aufrufen die jedem Gastmusiker zahlen aber klar gesundheitliche Gründe kann es geben aber dann würde würde er es ja ausschließen ja gut er hat wann hat er zuletzt gesagt dass er was er auftritt das ist 10 Jahre her wir reden hier die Asa ist vor 10 Jahren rausgekommen und das ist das letzte Lebenszeichen was wir hatten wir mussten von der Heralda bis zur Tiruder 6 Jahre warten wieder dann hat es nur 2 Jahre gedauert bis die Asa rauskam und jetzt warten wir schon wieder 10 Jahre auf ein neues Lebenszeichen und es gibt kein es deutet sich nichts an es deutet sich nichts an dass da irgendwas kommt ich meine es kann morgen angekündigt werden oder wir hören nie wieder was davon wir wissen es nicht brutals gesagt weiß ich nicht was also wenn wirklich irgendwas gesundheitliches wäre oder so wer würden wir davon überhaupt erfahren ich meine wenn er sein Privatleben so sehr geheim hält keine Ahnung okay der Typ ist mir nicht unsympathisch verstehe ich auch wie man Musik raus verstehe ich auch nicht wie man Musik rausbringen kann die man selbst nicht feiert ja ist halt ehrlich wenn er doch gemeint dass ein Album wäre Asa Asa ist für ihn sowieso war total begeistert als Asa rauskam und wenn man die Interviews gelesen hat und ich kann mir vorstellen wenn Felix sagt er tat sich schwer und ich war ich war damals auch nicht so der war auch jetzt nicht so brutals dahinter das Album mir zu holen weil wie gesagt ich war da schon ein bisschen ich hatte auch in dem Augen ich muss sagen 2013 hatte ich auch gewiss andere Interessen da habe ich mich dann eher so gesagt war auch ein bisschen drüber muss ich sagen 2013 habe ich nicht wie Park und Viking gehört da war es wirklich halt so man war halt ein bisschen übersättigt es kam in den letzten Jahren davor viel raus und ich war auch gerade so Oldschool Death Metal gerade so auf seinem Höhepunkt Death Revival es gab auch viel guten Black Metal weiß nicht irgendwie hat es mich da auch dann damals nicht so danach verlangt muss ich ganz ehrlich sagen was sagt dein Bauchgefühl kommt noch was nach Asa schwierig ganz ehrlich schwierig ich weiß es nicht ich solange solange es jetzt hier nicht heißt wir können ja mal Metal Archives gerade gucken so habe ich noch irgendwas vergessen was ich noch sagen wollte zur zum Album nö das war es erst was bei War Offensee rausgekommen ist ja klingt mir so ganz danach ne niederländische Dialekte ja so Asa muss ich auch nicht erklären was es heißt ne das wisst ihr ähm so Metal Archives auf so und dann schauen wir hier mal nach Balken Boch so und dann ich meine das ist jetzt ein echt das ist jetzt echt ich habe da wieder jetzt sehr viel gelabert dafür dass ich euch nur noch eine Kleinigkeit zeigen wollte solange hier solange hier Active steht und solange nicht irgendwo eine Meldung kommt dass die Band aufgelöst ist oder das Projekt ad acta gelegt wurde habe ich die Hoffnung dass dann noch was kommt wie gesagt auch die Tatsache dass dieses Ding erschienen ist das Boxset äh vor zwei Jahren drei Jahren Gott sei Dank 2023 auch dass das rausgekommen ist gibt mir Hoffnung dass da noch was kommt weil er hätte sich nicht die Mühe gemacht wenn er die ganze Sache schon hinter sich lassen wollen weil es wurden ja da wirklich auch alte Aufnahmen alte Tapes und so weiter aufbereitet er musste ja restauriert werden er musste sich die ja rausgeben und so weiter also er schien sich ja schon noch damit zu beschäftigen ich weiß nicht gab es Interviews zu dem Boxset wenn dann habe ich sie nicht gesehen ähm oder auch nicht gefunden die letzten Interviews die ich online gefunden habe waren alle zu Asa wenn es rein in der Print Interviews waren sorry habe ich nicht gesehen äh sollte ich noch die Falkenbach Phase nachholen ist an mir vorbeigegangen Jata solltest du wenn du dir jetzt unsere Tierlist anguckst wie wir jetzt hier oben rausgekriegt haben solltest du auf jeden Fall dir das Debütalbum anhören und die heralding so ich zeig's dir auch nochmal so gottes ach Gott sieht aus hier wie gesagt wenn du wenn du mit Falkenbach noch keinen Kontakt hattest hör dir die heraldingen the fireplate an und wenn du es vielleicht ein bisschen wenn du von Black Metal kommst und vielleicht sonst eher sagst du ja Parken ist okay aber ich höre Black Metal dann hör dir die Endi-Med-Riki-Fahrer an da wirst du vielleicht an er reinkommen das sind auf jeden Fall wenn du noch keinen Kontakt hattest mit Falkenbach das sind die Einstiegssachen auf jeden Fall wenn du es ein bisschen epischer magst wenn du es ein bisschen epischer magst dann kannst du auch mit der äh mit der Oknefner äh tüspa tü das ist halt wirklich kein das ist nicht wirklich viel Black Metal drauf das ist halt eher so reiner Paragon Metal reiner Folk Metal mit ähm viel Epik und Atmosphäre also das wären so die drei Sachen mit der Asa würde ich nicht beginnen die gibt einen falschen Eindruck und äh ja die Demos sind ja wirklich also die Demophase ist eher für die für die Leute die sich schon intensiv auseinandergesetzt hatten mit mit Falkenbach ähnliches gilt auch für die Magni und für die Theorida also das ist auch eher für Leute die sich die sich schon mal mit Falkenbach beschäftigt haben ich würde das jetzt nicht als Einstiegsalben bezeichnen ist halt wohl alles auch ein bisschen dudelig also dudelig finde ich wirklich nur die Theorida also die finde ich die finde ich wirklich dudelig und ja auch bei der bei den durch das 90er Jahre MIDI Keyboard halt auch hier die Demos sehr stark aber ansonsten ja und die Magni vielleicht auch noch weil es ist ja auch noch die Magni fällt halt auch dadurch ab dass sie halt aber ein Drumcomputer hat und dass dann die Gastmusiker fehlen das ist halt ihr Nachteil das ist halt der Malus den sie einfach hat so jetzt haben wir das Thema erledigt tatsächlich das ist doch eigentlich ganz gut ich bin auch gerade am überlegen Leute wir müssen das Thema ja müssen ich muss immer wieder arbeiten und mein Urlaub ist jetzt auch bald vorbei ich würde sagen wir machen heute mal nicht so eine lange Runde wir haben das Thema jetzt relativ gut durchgezogen ja ein bisschen mehr als 90 Minuten gebraucht ich würde dann gleich tatsächlich schon mal die die Schotten dicht machen es macht echt Spaß mit euch können sie machen wir machen ja auch bald wieder ein Chat äh Chat stream stream mir Chat so aber für heute würde ich gerne ein bisschen früher Schluss machen sorry weil die vielleicht auch später dazugekommen sind aber war ja eine lustige Runde und wir haben es gar nicht ganz gut in die Bühne bekommen war mit jetzt auch einer der anstrengendsten Livestreams die ich tatsächlich jemals hier hatte danke schöne Thielis danke danke Felix weil ich doch weil es eine Band ist die mir doch sehr sehr stark am Herzen liegt Falkenbach und die es mir nicht einfach macht weil die Infos nicht gerade irgendwie auf der Straße liegen und die Sachen auch nicht super leicht auszusprechen sind wenn man sie schnell lächerlich macht wenn man da irgendwas durcheinander bringt ich hoffe ich konnte euch äh ja ich hoffe ich konnte euch eine Menge Spaß bereiten und ich hoffe ihr habt ein bisschen was mitgenommen oder vielleicht ein paar Anregungen bekommen wenn ihr vorher noch nicht so viel Falkenbach äh Interesse hattet dann konnte ich vielleicht euch ein bisschen das Interesse näher bringen ich hoffe es ansonsten schreibt in die Kommentare was ihr besser findet äh oder was ihr was ihr stattdessen empfehlen würdet statt Falkenbach wie gesagt Bathory hatten wir ja auch als Eingang als Clickbait sozusagen als Aufmacher genommen ich muss sagen bei Bathory habe ich mich auch vorher noch ein bisschen angehört vielleicht machen wir das Ganze auch nochmal mit Bathory also als Teil 2 wo wir dann noch ein paar Alben von Bathory nehmen vielleicht nicht alle es gibt ja extrem viele halt einfach weiter gibt es viele Bathory Alben Wagner Herzchen man merkt auf jeden Fall dass bei dir Herzblut dabei ist vielen vielen Dank ja es ist ich saß die ganze Zeit die letzten Tage habe mir als Notizen gemacht habe mir alles reingehört Sachen nachgehört Interviews gelesen und so weiter eben meine Freundin hat gemeint so zu mir als wenn du nur Seminararbeit schreibst denn die Streams sind immer nur zu kurz ich schaue sie mir gerne an ja 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 ich muss ganz ehrlich sagen dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen was anders machen so immer so kurz vor ja so in die Nacht rein zu streamen wenn man nächsten Tag arbeitet ist natürlich immer ein bisschen blöd vielleicht überlegen wir uns da mal was das wäre um ein bisschen auch längere rein zu bekommen aber heute ist jetzt auch okay heute ist jetzt auch auf jeden Fall okay wir waren jetzt schon wieder bei über bei bald 100 Minuten ich denke mal das ist okay so also ich möchte jetzt kein neues Fass aufmachen wir haben jetzt so ein thematisches so einen thematischen Block gehabt der ist ganz gut abgeschlossen wenn man das dann später nachguckt soll es auch irgendwie noch attraktiv bleiben so das wollte ich jetzt nur nochmal kurz damit gesagt haben ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch vielen Dank Crossbreaker auch dass dass ich dass es dir Spaß gemacht hat dass du es klasse fandest danke an Tat dank an Crossbreaker Felix Kohle Pricett Andy an Dunkelschloss wenig noch nie vergessen habe an Floppy der noch unterwegs ist an den Bulli vielen vielen Dank und an Konzertino und Co an den allerersten hier den Router der schon sehr sehr früh einen Kommentar hinterlassen obwohl es noch gar nicht losgegangen war ich bedanke mich bei euch ich hoffe ihr startet schön wieder in die neue Arbeitswoche nach dem Feiertag oder ihr habt noch Urlaub und genießt die Zeit das könnt ihr natürlich auch gerne tun wenn ihr es nicht getan habt wieder das auch gerne ein Abo könnt ihr gerne machen oder wie schon gesagt auch auf den Kommentarbereich schauen oder ein Like da das mehr möchte ich den ganzen Scheiß zeigt dieses Video auch auf jeden Fall eurem lokalen Nawal ich war Adrian von Tod gehört und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn ich eine vernünftige Abmoderation habe auf jeden Fall macht's gut schönen Abend noch ciao und froh Ostern übrigens noch wir haben ja noch Ostern hier für den schönen Rest Ostern macht's gut ciao Outro 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 Outro